Und vielleicht wissen die ja noch was Neues. Apfelwein. Was bringt denn der Apfelwein eigentlich? Aha. Die Frage ist es, wenn wir den hier nehmen und vielleicht den Pferdok verkaufen, hat er dann einen anderen Kurs? Wahrscheinlich nicht. Vor allem Apfelwein. Punkt. Wissen Sie was, wir nehmen einfach mal einen mit. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Was hat er jetzt gekostet? Ein Silber und sechs Heller, glaube ich. Sondern nur Zwerge. Boah, Alter, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wären hier alle gestorben, also sei wenigstens mal ein bisschen dankbar, Junge. Was meint ihr damit? Im Vertrauen auf euren Heldenmut habe ich mich entschlossen, mit den Vorbereitungen für das Apfelfest fortzufahren und die erste Fuhre Apfelwein in Richtung des Heiligtums geschickt. Nein. Nein, bitte nicht noch wieder ein Laufweg-Quest. Doch nachdem diese Verflucht der Bessie hier kein Opfer gefunden hat, hat sie sich kurz über den Karren mit dem Wein hergemacht. Alter, ich hab dich grad umgesenkt, du Junge. Bist du blöd oder was? Ich wollte doch nur nach Pferdok zurück und nach Murulosch aufbrechen. Ich seh's schon wieder eine halbe Stunde rumlaufen. Nein. Was als Vieh nicht verschlagen ist, ist in den Fluss gestürzt. Der Fuhrmann kann den Göttern seit Dank gerade noch mit dem Leben davon. Aber wie soll ich jetzt ohne Apfelwein das Feste öffnen? Ach, aber das kümmert ja weder Held noch Bestie. Könnt ihr mir eigene Fragen haben? Ah, okay, vielleicht doch keine Quest. Gibt's hier noch irgendwas? Äh, nö. Boah. Ah, da seid ihr ja wieder. Ja, zum Glück. Ich hab schon gedacht, ey. Schon einen Herzinfarkt bekommen. Ihr seid mir aus dem rechten Holz. Der Ogre und sein jämmerliches Goblin gezücht werden Talon nicht länger bedrohen. Wie kann ich euch helfen? Nicht nur der Ogre, mein Freund, nicht nur der Ogre. Zwerge nachher, ne? Hier, bessere Skills. Ah, diese Seele. Was wollt ihr denn? Ich würde euch gerne zum Essen einladen. Na, wie wär's? Ich zahle auch. Oh, dann bin ich sofort dabei. Kann man hier noch irgendwas... Oh, der heilige Apfelbaum im Breenzein ist wieder erblüht. Ihr könnt nun euren Plägegang zur gütigen Herren vollenden. Das ist ja schön. Gepriesen sei Piraine. Dank euch besteht noch Hoffnung für meinen todkranken Vater. Wie soll ich das nun jemals wiedergutmachen? Oh, ich, äh, wüsste da was. Fünfte Karten. Ich würde gerne noch was wissen. Äh, pff. Boah. Wow, hat sich ja gelohnt. Ja, was gibt's? Der Frache ist tot. Na? Genau wie deine Pferde. Sieht so traurig aus. Gab's keinen maraskanischen Pferdebraten im Wirtshaus? Alter, ich brate dich gleich, du Pferd. Doch, Fuhrfrau. Der wird aber nur an spezielle Gäste gereicht. Da die letzte Portion heute serviert wurde, würde ich an deiner Stelle gut auf deine Pferde aufpassen. Schönes Fest noch. Ah, wie die Frau mich ankotzt. Maraskanischer Pferdebraten. Äh, das muss die als Frau gerade sagen, ne? So, Mädel. Tretet nur näher, hier gibt's das... Wat hast du denn da, hä? Eiserne Beinschienen, drei... Drei... Rulana. Du. Du bist doch im Besitz der Plattenstiefel aus Kurkum, ja? Mit 4, 4. Schuhe, Beinschienen. Wenn wir jetzt, angenommen, dir von Gladysia die Beinschienen geben, als Schuhe und die Beinschienen mit 3, 3 kaufen, das ist ja 5, 5. Aber, obwohl 0,2 und 1, äh... Wo... Amazone voraus. Das bin ich. Vorkommen? Wo ist denn... Alter, ich war doch gerade bei der. Alter, könnt ihr bitte mal alle hier mitkommen? Mann, das ist doch nicht so viel verlangt. Ja, stellt euch alle hier vor, die ist nette Dame und sagt, Entschuldigung. Und macht das nächste Mal besser. Ja, was war das denn jetzt? Eiserne Beinschienen, Beinschienen, 3, 3. Okay, das ist ein bisschen eine von mir Hinderung. Ist auf jeden Fall mehr, Gewicht ist auch mehr, aber dafür haben wir auch eins mehr, Rüstungsschutz. Schauen wir aber erst mal, ob es da vielleicht noch andere Sachen gibt. Sieht nicht so aus. Nein, 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 nein. Vier Dukaten kann man ja auch entbehren. Das ist jetzt ja nicht so wild. So, dann was gibst denn du ab? Du gibst... Gibst... Hier, warum fassest du das denn nicht zusammen? Ist ja schlimm mit dir. Da. Velmart, Gullmond, Conchines. Wir müssen unbedingt mal ausmisten. Da wird man ja verrückt. Vor allem, dass er das nicht einfach automatisch stackt. Hier. Ja gut, das wird nicht reichen, um zu stacken, aber du kannst wenigstens die 3 da noch draufpacken. Hier gibt es Heldenfrühstück einfach mal Kladdes. Krötenscheme. Hier, Rulana. Feuermoos kriegt Rulana. Was macht das bei Vorkrim? Was ist das hier? Alter Brief. Wahrscheinlich von dem... Ja, genau. Von der einen Tuss... Schleifstein behältst du es einfach mal. Ja, die Sache. Komm, ich hab keinen Bock mehr hier alles umzusortieren, wenn es nachher wieder durcheinander ist. Hä? Feuermoos? Ach, das kann man nur bis 10 stacken, oder was? Was soll das denn? So, du gibst das hier, Rulana. Was macht die eine Haarnadel da? Hier. Truff. Und die Verbände rüber. Die Beinschienen kriegt Rulana. Die darfst du jetzt auch anlegen. Hep. Oh, es gibt aber 1 Behinderung. Mehr. Hm. Ist mir jetzt egal. So, Dankeschön. Und alle mitkommen... ...in die richtige Richtung, bitte. Wahrscheinlich hat er jetzt bessere. Lederbeinschienen. 2, 2. Stark, Knikarrenbeinschienen. 2, 2. Heisernebeinschienen haben ja 3, 3. Ja, okay, gut. Ich dachte schon. Und der Rest ist auch nicht wirklich zu gebrauchen. Die ganzen Kisten haben wir, glaube ich, auch schon ausgeräumt. Was ist denn mit denen da los? Und hier... Waffen. Ich will jetzt aber echt gehen. Also... Keine Angst, wir sind gleich weg. Robbentöter. Säbel 1, 5, aha. Ach, bei dem haben wir vorhin verkauft. Ach so. Okay. Ach komm, scheiß auf den Rest. Wir gehen jetzt zurück nach Fairdog. Weil da wartet ja auch der... Der eine Elf da auf uns. Wie heißen der... 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 Der Ancoron. Nee, An... Doch, ich glaube Ancoron heißt der. Und... Die ganzen anderen Leute. Rakorium zum Beispiel. Vielleicht hat der ja... Oh, ein Segen. Warte, Moment, Moment, Moment. Vielleicht hat der ja auch irgendwelche Fortschritte gemacht mit seinen Forschungen. Und am besten machen wir auch nochmal hier einen normalen Spielstand. Einfach zur Sicherheit. So, jetzt Landkarte. Und bitte direkt ins Anwesen rein. Das hat man da erstmal ein bisschen aussortieren können. Dann... Ja, was machen wir dann? Dann gehen wir zur Grafenstadt wahrscheinlich. Ja, doch, Grafenstadt. Wir waren schon so ewig nicht mehr da. Ich kenne nicht mal mehr die Namen. Wir wollten schon fast Hafenstadt sagen, wie in Risen. Oder Grafenresidenz. Aber das ist ja auch was anderes. Also die Grafenstadt dann zu Auralia. Die ist doch da, oder? Und ist die am Ugdan Hafen. Nee, nee, nee. Die muss in der Grafenstadt sein. Glaube ich jedenfalls. Und geben der das Rezept dann wahrscheinlich zum... Äh... Nee, nicht zum Hesinde-Tempel. Wir müssen ja nach Murelosch. Wir können trotzdem in Hesinde-Tempel vorbeischauen, wenn ihr unbedingt wollt. Ich meine... Ja, vielleicht haben sie irgendwelche Neuigkeiten vom Orakel oder was weiß ich. Zu diensten. Das wäre ja nicht schlecht. Weil Arombolo Schlangenbart, das Haupt eines Purpur-Wurms. Ingerim steht mir bei. Ihr wart doch hoffentlich nicht so törig und habt euch dem Ungetüner allein gestellt. Nein, meine Freunde waren dabei. Die haben sich eben allein gestellt. Hahaha. Beruhigt euch, mein lieber Wurwursch. Es ist tatsächlich der Kopf eines Drachen. Mit Hilfe von Zwergen Prinz Arum und seinen Drachentötern konnte ich dann auch toll an dem marodierenden Javgur erlegen. Die Bestie bedrohte Talon und brannte sogar das Heiligtum Prinz sein, bis auf den Grund nieder. Fantastisch. Ich gebe zu, hätte ihr denn nicht den Kopf als Beweis im Schlepp... Im Schlepp? Im Schlepptau. Viel ist mir schwerer, dies alles für bare Münze zu nehmen. Später müsst ihr mir eure Erlebnisse mit Prinz Arum in allen Einzelheiten schildern. Eure Trophäe nehme ich schon mal an mich. Die kommen schön an die Fassade des Anwesens. Ja, gut. Und die ganzen Fliegen und so werden dann auch reingezogen. Und dann tropft das ganze Blut vor meine Haustür. Dann lasst es mal lieber sein. Damit jeder weiß, dass ihr ein waschechter Drachentöter seid. Aber... Ach, aber... Wo habe ich bloß meine Manieren gelassen? Kann ich noch irgendetwas für euch tun? Äh... Ja... Vielleicht? Und zwar kannst du mal sagen, wo denn der Anchoron ist. Schreibstube, obere Stockwerk. Hurra. Wenn wir jetzt gerade mal hier sind. Speichern! Kann man nie genug. Ey, Freunde! Was geht? Alles klar? Schön euch zu sehen. Meister Akorium ist immer noch in seine Forschungen verdient. Immer noch hat er diesen Hesis-Kristall endlich mal... Erforscht. Da was rausgefunden. Leider noch nicht. Mäh. Mensch! Mach mal hinne! Alte Freunde! Alte Feinde! Alles verborgen in Vergangenheit und Gegenwart! Doch kommen! Kommen musste es ja wohl so! Doch das Schicksalsblatt wird sich wenden! Und alles wird im Licht enden! Das reimt sich! Hahaha! Es sei denn, man macht ein Interferenzmuster und Licht trifft auf Licht, denn dann entsteht Dunkelheit wegen destruktiver Interferenz und so, ne? Physik vierstündig, ich bin so geschädigt. Wollen wir da irgendwas fragen oder haben wir das alles schon? Haben wir wahrscheinlich schon. Wärmen wir uns nach der langen Reise erstmal am Feuer. Ah, tut es gut. Ah, erstmal die Füße ausstrecken. Ah, da knacken die Glieder. Ah. Oh Gott, tut es gut. Jetzt noch eine leckere Wurst. Ah, und da brusselt schon die Suppe für das Frühstück. Oder fürs Abendessen, je nachdem wie viel Uhr es ist. Und wir schauen mal nach unseren Freunden. Er hat gesagt, oben, ne? Ach, halt die Gorschen. Aber Rulan... Ich wollte eigentlich im Garten wieder ein bisschen pflücken gehen, weil jetzt ja die Sachen nachgewachsen sind, aber Rulan ja hat ja keinen Platz, deswegen hauen wir hier mal einfach ein paar Sachen weg. Einfach damit wir für's erste Platz haben. So. Das reicht, den Rest machen wir mal nachher. Und ich hab jetzt überlegt, ob ich off-screen wieder die Sachen verwerte. Aber ich denke, wir gehen da erst nach Murulosch und schauen, ob das überhaupt notwendig ist. Oh, die Katze. Ei, 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 ei. Miau, miau. Bitte bring mich nicht um. Wer sich an mein 100 Abonnenten-Special erinnert, der... Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht sterben. Also wie gesagt, ich will das eigentlich erst später machen. Wenn überhaupt, weil das Spiel ist ja bald zu Ende. Denk ich mal. Also das geht auf jeden Fall so langsam in die finale Phase. Alter, schaut mal auf die Minimap, wie viel das noch ist. Also wenn ich das mach, dann wahrscheinlich auf jeden Fall off-screen. Aber ich denke, ich mach's dann wieder so wie in Talon. Das heißt, wir gehen da hin. Nach Murulosch. Schauen uns alles an. Quatschen. Holen uns unsere Aufgaben. Und dann guck ich mir off-screen die Händler nochmal genauer an. Und hol die meiner Meinung nach besten Sachen raus. Verbrate die Erfahrungspunkte. Weil es dauert insgesamt einfach so lange. Und da muss man sich dann auch ein bisschen konzentrieren. Und ist wahrscheinlich auch nicht wirklich spannend, wenn man dann immer das Gleiche... Ich dachte gerade, was für ein Bär ist denn hier gespawnt. Aber das war natürlich der Djinn, der mal wieder verendet ist. Also wie gesagt, ist dann halt auch nicht so spannend, wenn man da die ganze Zeit das Gleiche macht. Und irgendwie vor sich hinprabbelt. Oder gegebenenfalls auch mal gar nichts sagt, weil man sich auf irgendwelche Werte konzentrieren muss, die man vergleicht. Und dann schaue ich mir off-screen halt auch nochmal die Rezepte an wahrscheinlich. Kaufe ein paar Sachen ein. Mache ein paar Tränke. Versuche irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Und hoffentlich übertreibe ich es dann nicht wieder, sodass wir am Ende trotzdem bei 500 Dukaten Minus sind. Weil wir nicht genug von den anderen Zutaten haben, um die restlichen Tränke zu machen. Alter Rulana, streng dich mal an. Du hast so viele Fehlschläge in letzter Zeit. Müssen wir auch off-screen machen das nächste Mal. Wenn es so weiter geht hier. Aber dazu komme ich dann auf jeden Fall später nochmal. Wenn wir dann in Murulosch angelangt sind. Und... ...